Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Vaultier-Video. Wir machen weiter mit dem neuen Huawei P Smart Plus oder auch dem Huawei P Smart Plus in dieser traumhaften Purple-Farbe, wobei sie es auch Twilight hätten nennen können. Diesmal richten wir das Gerät zusammen ein. Unsere Nano-SIM-Karte liegt schon parat. Wir durchlaufen den Einrichtungsprozess, gucken mal, ob sich was verändert hat, denn angeblich gibt es da Neuigkeiten. Und dann werfen wir einen ersten Blick auf das Gerät selber. Kamera, Fingerabdrucksensor, Kameras vorne und hinten, wie gut ist das Display, Displayhelligkeit, was ist mit den Reflektionen, wenn das Ding dann mal eingeschaltet ist. Und da hinten liegt das P Smart und das Huawei P 20 Lite, wo ich auch mal die Notch vergleichen will, denn die hier soll deutlich größer sein. Ja, und was uns sonst noch alles auffällt. Also Schritt Nummer 1, SIM-Karten-Tool liegt eigentlich in der Box 1 bei. Ich habe hier mein eigenes und jetzt klebe ich hier wieder. Und nein, hier ist keine Displayschutzfolie drauf. Hab das eben gedacht, da wäre noch eine, aber nee. SIM-Karten-Tool schachte ich jetzt auf der linken Seite einmal reinpiksen. Und dann sieht man direkt, das ist ein Kombi-SIM-Karten-Slot. Bedeutet, ihr habt die Wahl. Rechts ist SIM-Karte 1 und links habt ihr die Möglichkeit, eine zweite SIM-Karte reinzupacken oder eine Micro-SD-Karte für die Speichererweiterung. Bei 64 GB denke ich mir aber, naja, Speichererweiterung sollte für die meisten erstmal noch kein Thema sein. Dann SIM-Karte, Chip nach unten und die Ecke unten rechts. Dann wieder rein damit. So, und der Einschaltknopf ist auf der rechten Seite. Drücken, drücken, immer noch drücken, bis ihr merkt, es vibriert. So, dann schaltet sich das Ding ein. Wir sehen das Huawei-Logo und unten das Powered by Android. Und während die Kiste jetzt hochfährt, schnappe ich mir direkt schon mal das P20 Lite. Denn eigentlich sollte jetzt in jedem Moment das Display richtig einschalten. Und dann kann man mal oben die beiden... Ja, was soll ich sagen? Im Englischen ist es ja immer Notch. Zu Deutsch war jetzt langsam die Übersetzung, ich glaube, Aussparung oder so. So, und da haben wir es. Und ja, es ist nicht übertrieben. Das P Smart Plus hat eine größere Notch. Ich würde jetzt nicht sagen doppelt so groß, aber bestimmt nochmal 50% mehr. Liegt aber auch daran, dass hier noch eine zweite Frontkamera mit verbaut ist. Wobei nicht so eine richtige. Zu den 24 Megapixeln Hauptsensor kommen nochmal wieder, wie auf der Rückseite. 2 Megapixel für Tiefen und Schärfe-Informationen dazu, damit man so tolle Bokeh- und Unschärfe-Aufnahmen hinkriegt. Erster Schritt. Oh, 4G. Unsere SIM-Karte wurde schon erkannt. Mobilfunkverbindungen haben wir auch schon. Akku 58%. Naja, als erstes dann die Sprache auswählen. Deutsch, Deutschland passt. Ich sage jetzt starten. Und, uh, Gummipunkte direkt kommt der, wie sagen wir, die AGB kommen, wo ich zustimmen muss. Und da muss man zustimmen, sonst geht es nämlich nicht weiter. Es gibt nämlich auch andere Einrichtungsprozesse. Da kommt die Frage ganz am Ende. Und wer dann nicht zustimmt, dann war die ganze Einrichtungsarbeit umsonst. So, wir sind im WLAN, beziehungsweise wir sind noch nicht im WLAN. Ich könnte jetzt die WLAN-Verbindungsanfrage überspringen. Dann benutze ich aber meine mobilen Daten. Will ich aber nicht. Also, ich wähle meinen WLAN aus. Nein, das war jetzt das Falsche. Gerade gewechselt. Verdammt. Ich wähle meinen WLAN aus und gebe einmal mein Passwort ein. Und wenn die sich dann verbunden haben, unten rechts auf Weiter. Dann logge ich mich bei Google ein. Einmal die Google-E-Mail-Adresse und das Passwort eingeben. Und ja, SwiftKey ist nach wie vor vorinstalliert. Bin ich ja persönlich kein großer Fan von. Kann man ja alles ändern. Dann die Frage nach den Google-Diensten. Während hinten natürlich die E-Mails eintrudeln. Jemand hat sich in ihr Google-Account eingeloggt. Das kann man je einzeln abwählen oder aktiviert lassen. Dann ganz nach unten und einmal auf Zustimmen. Und dann die Frage nach dem Google-Assistent. Ja, ich möchte ihn gerne nutzen. Das bedeutet einmal die Einrichtung, Rechte geben und dann natürlich die Aktivierungsdinger. Ja. Und als nächstes möchte ich dann auch Huawei wissen, ob wir ein Huawei-Konto haben oder auch eins anlegen möchten. Um diverse Huawei-Dienste zu nutzen. Also was weiß ich. Huawei-Cloud-Dienste, Huawei App Store, Huawei Designs und was es da nicht alles gibt. Und guckt euch mal dieses Logo an. Also wenn das nicht aussieht wie das Logo von Apple iTunes oder von Apple Music, dann weiß ich auch nicht. Na egal. Ich brauche das Huawei-Zeug nicht. Kann man später alles auch einrichten. Ich kriege da jetzt aber gerade wirklich null Mehrwert raus. Deswegen sage ich überspringen und Huawei sagt, guck mal, auf was du alles verzichten musst, wenn du das nicht machst. Ja, ich bin jetzt knallhart und sage, brauche ich gerade nicht. Ach ja, und dann, ob ich die Huawei-Cloud nutzen möchte. Ne, brauche ich auch nicht. Es ist halt einfach doppelt gemoppelt an vielen Stellen. Wenn man einen Google-Account nutzt, dann hat man das da alles. Und dass Huawei das gleiche wie Samsung macht, seine eigenen Dienste zu bringen, ja, aber ich jetzt gerade nicht. Das heißt, ich sage überspringen und jetzt kommen wir zum Geräteschutz. Fingerabdruck-ID einrichten, ja bitte. Einmal, was man damit machen kann. Okay, ja, will ich aktivieren. Und ich brauche als erstes einen PIN. Und guckt mal hier, 1, 2, 3, 4 war es ja mal sonst, mein PIN. Reicht aber nicht aus, ich brauche jetzt 6. Wie beim iPhone, jedoch Entsperrmethode ändern. So, und dann kann ich sagen, 4-stelliger PIN. So, oder benutzerdefinierter PIN, Muster oder Passwort. Ich sage aber 4-stellen, die reichen mir jetzt. So, also da kann man es dann ändern. Nochmal eingeben zum Bestätigen. Und dann Sicherheit vom Finger abdrücken. Ja, Rückseite finden, drauf tippen. Das Gerät vibriert ganz leicht, aber wirklich ganz leicht. Also der Vibrationsmotor ist ganz sanft hier drin. Und dann einfach den Anweisungen folgen und den Finger dementsprechend immer hin und her bewegen. Und die Spitze dann. So, jetzt Fingerabdruck 1 ist registriert. Wir können jetzt hier nicht so, also die Option fehlt immer noch, dass wir hier einen zweiten Fingerabdruck hinterlegen. Bedeutet, Trick 17 einmal zurück und andere Optionen, ach geht gar nicht. Jetzt könnte ich noch Face Unlock einrichten, aber nicht mehr einen zweiten Fingerabdruck. Und ich komme gar nicht mehr zurück. Mist, das war Trick 17. Wie man sonst auch einen weiteren Fingerabdruck direkt hinzufügen kann, ohne das dann später in den Einstellungen zu machen. Machen wir aber jetzt gleich noch. So, möchte ich alle Dienste von Huawei für Emotion UI aktivieren? Sage ich jetzt gerade mal nee. Kann aber jeder selber entscheiden. Und möchte ich anonymisierte Daten schicken? Nö. Jetzt die Frage nach dem Datenimport von Android-Geräten, vom iPhone oder iPad, aus der Huawei Cloud oder vom Google Cloud Backup. Sage ich alles nee, danke. Ja, genau. Ich möchte es als neues Gerät festlegen, denn ich will wissen, wie viel Speicher haben wir zur freien Verfügung. Und jetzt sind wir damit fertig. Und als nächstes kommt der Homescreen. Und, uh, nett, nett Hintergrund. Also ich sage mal so, der erste Eindruck jetzt vom Display, vom fertig eingerichteten Gerät, gar nicht verkehrt. Also ich sehe zu 90 Prozent zwar den schwarzen Rahmen, so ein bisschen blau schimmert vom Hintergrund dann doch noch nach vorne mit rüber. Aber jetzt perfekt ausgewähltes Hintergrundbild. Also das ist mal gerade eine schöne Kombination. So, wir gehen natürlich als erstes in die Einstellung, Speicher und gucken mal. Von unseren 64 GB stehen uns noch 50 GB zur freien Verfügung. Ich sage mal so, 50 GB geht in Ordnung, ist für viele ausreichend. Aber, dass da fast 10 GB für die Firmware flöten gehen und fast 3 GB für installierte Apps. Boah, gerade die Firmware. Stellt euch mal vor, wie früher, ihr hattet ein 16-Gerät mit 16 GB und da wären dann schon 14 weg. Ah, naja. Gut, dann gucken wir einmal schnell, welche Apps sind vorinstalliert. Einmal die ganzen Huawei-Apps, Health, da haben wir auch unsere Music-Reader, Einstellungen, eine Galerie-App, Highcare, Werkzeuge. Da verbirgt sich dann Rechner, Taschenlampe und, 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 und. Dann aber noch zusätzlich installierte Apps wie Werbung für, ja gut, Booking, Ebay, Netflix. Das würde mich sehr interessieren, ob die dafür was zahlen, um darauf vorinstalliert zu werden. Facebook, aber auch nochmal eine Riegel Spiele. Die zahlen bestimmt, was wäre jetzt mein Tipp. Kann man aber alles, was ihr gerade gesehen habt, auch problemlos deinstallieren. Und vorne dann, uh, wir haben keinen eigenen Huawei-Browser mehr. Aha, wir haben Chrome-Browser und natürlich dann die restlichen Google-Apps auch mit installiert. Also Gmail, Maps, YouTube, Fotos und die Office-Apps, alles da. Ja, so, dann werfen wir als nächstes einen Blick einfach mal auf die Anzeige und zwar automatische Display-Helligkeit aus. Mal volle Möhre geben und, ui, ihr merkt es, wie die Kamera abdunkelt. Das ist gerade von der Helligkeit gar nicht verkehrt. Da oben haben wir die Reflexion. Ja, also von der Helligkeit bin ich gerade positiv überrascht. Machen wir das mal wieder aus, ne, beziehungsweise Akten. So, okay, das funktioniert auch. Dann, ach ja, wo wir es gerade haben, bevor ich den Fingerabdruck teste. Einstellung, dann Sicherheit, Fingerabdruck-ID und dann Fingerabdruck-Verwaltung. Einmal mit eurem PIN entsperren sozusagen. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, neuen Fingerabdruck. So, und dann könnt ihr auch, ich sag mal, den linken Zeigefinger einrichten oder den Zeigefinger, den ihr eben nicht eingerichtet habt. Ne, einfach wieder den Anweisungen folgen, drücken, drücken, drücken und fertig. So, und jetzt kann ich das Gerät mit beiden Händen entsperren und wir gucken mal. Und, oh, ich jaule gerade. Also ja, das ist gerade eine zügige Entsperrung. Gar keine Frage, auch mit links und auch mit rechts. Aber, das sind wir normalerweise von Huawei-Geräten schneller gewöhnt. Also normalerweise ist das, ja, guckt mal hier. Da ist, also gar keine Frage. Es funktioniert, es ist auch zügig. Gerade wenn man, was weiß ich, das Gerät liegt irgendwo. Man hat es in der Hosentasche, dann greift man rein, packt den Fingerabdrucksensor drauf und wenn man drauf guckt, ist es entsperrt. Jo, aber das sind wir eigentlich zügiger gewohnt. Apropos zügig. Wir haben ja hier wieder die Emotion UI 8.2, glaube ich, inzwischen. Und die Google-Genau-Karten kann ich gleich noch eins aktivieren. Aber, guckt mal hier. Schick gemacht. Schön gemacht. Normalerweise haben wir ja diese Mini-Verzögerungen. Da bin ich gespannt auf das Zusammenspiel von den 4 GB RAM und dem neuen Kirin 710. Welch Namenszufall zum Snapdragon 710. Echt, wer sich das ausgedacht hat. Aber, worum es mir geht, ist natürlich dann die Performance. Und natürlich auch, wie sieht das mit den Animationen aus. Und guckt mal hier, mit dieser durchsichtigen Animation. Sieht gar nicht, sagt man gerade schwer, irgendwelche Ruckler festzustellen. Wirkt auf jeden Fall sehr flüssig. Also schön, dass Wario das mal geändert hat. Aber Performance, Akkulaufzeit, Kameras, das teste ich ja alles noch. Und Kamera ist eine schöne Überleitung. Starten wir die mal. Erstmal ein Kameratutorial. Ja, GPS-Text möchte ich aktivieren. So, und jetzt. Uh, das sieht aber anders aus. Vor allem, wir haben jetzt zusätzlich die AI-Funktion. Aha, okay, dann gucken wir mal. Knips. Achso, ich bin gerade aufs Display gekommen. Also, Knips. Knips. Scharfgestellt und Knips. So, und wenn wir jetzt mal die Fotos dann angucken. Ja, ja, ja. Ist natürlich echt farbenfroh gemacht. Ach, die Kamera, also die Kamera fängt es nicht ganz so farbenfroh an, wie ich das jetzt hier mit meinen eigenen Augen sehe. Gucken wir mal, ob wir einen Unterschied sehen. Denn dieses AI-Feature, ne, Original AI. Das ist natürlich die Aktion, wo ich mir denke, okay, wir legen Instagram-Filter rüber. Ähm, ist natürlich deutlich knalliger in den Farben. Gut. Dadurch, dass man es auch hinterher nochmal deaktivieren kann, ist gar nicht mal so verkehrt. Von der Auflösung, von der Schärfe, sage ich jetzt gar nicht gerade mal zum ersten Eindruck. Passt eigentlich. Gucken wir kurz schnell in die Einstellung. Achso, wenn wir da AI ausgewählt haben. Lasst mal die AI deaktivieren. Ne, so, und jetzt, genau, jetzt kann ich auch die Auflösung manuell wählen. Rückseitenkamera, 16 Megapixel, 4 zu 3. Ähm, Rest von den Einstellungen kommen uns auch bekannt vor. Und ansonsten haben wir noch die Menüpunkte Blende, Porträtmodus, auch wieder mit Beauty-Möglichkeit. Foto, Video und jetzt kommt's. AR-Objekte. Wir kennen es von anderen Herstellern und jetzt auch von Huawei. Bedeutet, ich gehe mal kurz ein bisschen schräg hinter die Kamera. So, und jetzt. Zwinker, zwinker. Okay. Ja gut, ihr seht, Gesichtserkennung. Euch dann als Eidechse, Häschen, Kätzchen. Oh Gott, oh Gott. Ne, ich nehme lieber einen Husky. Oh, der guckt aber böse. Roboter-Pinguin. Haben Sie diesen Pinguin gesehen? Genau. So, ähm, also solche Spielereien funktionieren dann auch. Und unter mehr verbirgen sich dann unsere bekannten Kameras, Modi und Einstellungsmöglichkeiten, die wir haben. So, und jetzt gehe ich einen Schritt, ne, wobei, gehen wir mal wieder einen Schritt zurück. Foto und jetzt müsste die Front, ja, ich wusste es, die Frontkamera ist aktiviert. HDR-Pro-AI-Modus. Und jetzt bin ich mal gespannt. 24 Megapixel. Jetzt zeig mal, was du kannst. Hä? Und jetzt drücke ich mir nochmal aufs Näschen. Hä? Ja, macht er jetzt nicht wirklich. Gucken wir mal Porträt. Okay, mich hat er jetzt erkannt. 3, 2, 1. Hä? Jetzt schauen wir uns mal da die Fotos an. Oh Gott. Oh Gott. Der Hintergrund ist ja eigentlich schärfer als der Vordergrund. Oh Mann. Ich sag da jetzt nichts zu der Fotoqualität. Also mal ganz ehrlich, da hätte ich mir jetzt unter 24, da ist AI an, AI aus. Ach, guck mal hier. Wie er dann gerade auch den Hintergrund aufleuchtet und alles, was er rot findet. Ganz ehrlich, erster Eindruck, das ist jetzt nicht wirklich brauchbarer oder viel krasser oder wie wir das, ich sag mal auch von mir aus, von der einfachen Frontkamera wie beim normalen P-Smart kennen. Da bin ich gerade sehr skeptisch, was den Fokuspunkt angeht, was die Qualität angeht. Denn nicht, dass das jetzt irgendwie schlecht wird und nicht brauchbar ist. Keine Frage. Das reicht auch mal für Instagram oder fürs WhatsApp-Selfie und was ihr nicht alle tindert. Aber wenn ich hier lese, 24 Megapixel Kamera plus nochmal eine zweite für 2 Megapixel für die Tiefen und Entschärfen, dann denke ich mir, wenn ich das angebe, so krass, jetzt müssen da noch richtig geile Fotos kommen. Und das war jetzt gerade im ersten Eindruck absolut nicht. Das war ein Standard-Einheitsbrei. Natürlich ist alles ein erster Eindruck. Wir starten damit natürlich noch. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Videos. Video Größe schrauben ist, wir haben kein 4K. Ja, gut, wer braucht es schon? Aber ich meine, naja, für ein 300-Euro-Gerät ist wie ein Micro-USB. Also Full HD 60 Frames geht. Wir können noch eine Codec-Einstellung H.265 oder H.264 wählen. Okay, dann starte ich doch einfach mal ein Video. Gehe jetzt auch ein bisschen näher an die Kamera, also ans Teil selber, um gleichzeitig auch nochmal ein bisschen, ja gut, jetzt bin ich natürlich gerade weiter weg, um das Mikrofon für die Aufnahme zu testen. Beziehungsweise nochmal in den Lautsprecher reinzuhören. 15 Sekunden. Wir hören es uns mal an. Gehe jetzt auch ein bisschen näher an die Kamera, also ans Teil selber. Nett. Gleichzeitig auch nochmal ein bisschen, ja gut, jetzt bin ich natürlich gerade weiter weg, um das Mikrofon für die Aufnahme zu testen. Beziehungsweise nochmal in den Lautsprecher reinzuhören. Schöne Gummipunkte gerade. Von der Videoqualität hier auf dem Display sieht es natürlich okay aus. Videostabilisierung gab es auch gar keine im Menü einzuschalten. Haben die dann keine Videostabilisierung? Lass mal ganz kurz gucken. Objektverfolgung? Ne, auch keine Videostabilisierung. Na ja. Ja, was ich aber noch sagen wollte. Tonaufnahme. Man kann natürlich jetzt an dem einen Lautsprecher liegen oder am Mikrofon. Wir haben ein ganz leichtes Grundrauschen, wenn es dann still ist. Aber solange ich quassle, das Quasseln klang gut, wie ich fand. So, und vom ersten Eindruck. Okay. Gerade bei Videos und Huawei bin ich immer ein bisschen skeptisch. Aber, na ja. So, unterm Strich. Okayer erster Eindruck. Die Rückseite finde ich geil. Also das Design mäßig ist natürlich was. Auf der anderen Seite, wie oft gucke ich mir die an? Bei der Performance von Kirin 710 müssen wir mal gucken. Von der Akkulaufzeit. Das Ding ist jetzt, ich glaube wir haben mit, was haben wir angefangen? 58 Prozent. Jetzt haben wir 55 mit dem ganzen Einrichten. Handwarm ist es geworden. Ja, okay. Wir filmen jetzt fast 20 Minuten. Geht eigentlich auch gar nicht verkehrt eigentlich. Akkulaufzeit. 3.300 mAh macht so in erster Einschätzung. Ja. Display eigentlich auch okay. Lautsprecher habe ich gerade gesagt. Aber mit den Kameras bin ich sehr skeptisch. Also daran wird es sich dann messen. Die Kiste muss sich, was die Kameras angeht und was die Performance angeht, ja irgendwie oder vielleicht auch nur durch die Akkulaufzeit, vom deutlich und inzwischen deutlich günstigeren P-Smart normal abheben. Weil auch wenn wir natürlich ein größeres Display haben, ja, es ist nochmal eine größere Ecke, aber so, dass man sagen kann, das ist aber jetzt hier ein kleines Gerät im Vergleich, es ist ja nicht wirklich. Das bedeutet, Performance, Akkulaufzeit, Displayqualität, daran werden sich die Unterschiede jetzt messen müssen. Was die im Alltag taugen, werde ich jetzt rausfinden. Aber erster Eindruck, ja, ja, ja. Ich sage mal ja, aber mit einer gesunden Skepsis gerade. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.